Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video! Hi! Hi! Hallo, ich bin Gaming! Mit dem Titel... Hallo! Hallo! Hallo? Okay, hallo, willkommen zurück zu einem neuen Folge Minecraft! Magical Quest! Genau, die Serie bei der Herbst die voll Obsidian-Hystron hat und ich mich hitten kann. Ja, du hast halb Obsidian, weil du das andere komisches, krankes Gold hast. Genau. So, im Stream haben wir unsere Häuser gebaut. Also nicht komplett fertig. Halbfertig. So, der Alex hat jetzt eine kleine Hütte gebaut mit Iron Chests und Cobalt Chests und ganz viele Loot Packs. Loot Pack Opening gibt es auch noch Leute. Bleibt dran für Loot Pack Opening. Dann haben wir eine XXL Chicken Farm gemacht. XXL Chicken Farm für Eggs und so eine neue Nahrungsquelle ist Eier. Schau, jetzt ist ein Solosu. So, was sollten wir denn heute machen? Ähm... Ich wollte unsere Häuser mit dem Super Storage verbinden. Okay. Der Super Storage ist hier unten. Mit so vielen Chests, die geht bis zu Bedrock runter. Okay. Ja. So. So. Interesting. So. Da. Interessant, interessant. Interessant, interessant. Interessant, interessant. Interessant, interessant. Ein magisches Werk. So. 100% magisch. Dann konzentriere ich mich mal auf den Hausbau. Okay. Wie genau machst du hier das, was du gerade machst? Ja. Ähm. Einmal mit bitte. Und was bringt uns das? Vieles. Also ein großes Lagersystem, wo man jedes Itemspiel einfach reinbringt. Aha. Interessant. So. Ding Dong. Ding Dong. Ding Dong. Aha. Guten Tag. Ja. Herbst ist Danks. Internet Support ist da. Wie möchten Sie hier Glasfaser haben? Oh. Unser Glasfaser? Äh. Keine Ahnung. Wo möchten Sie denn Ihren WLAN-Router haben? Äh. Hier. Hier? Hier. Verkackt. Ohaaa. Da. Der moderne WLAN-Ulkur-Router hat verkackt. Ok. Wazza. Danke, das ist meine Sachbeschädigung. Aha, sieht sehr sehr stylisch aus. Sehr sehr stylisch. Sehr sehr stylisch. So, dann müssen wir hier etwas lang graben. Wir denken nicht, wenn wir Wasserleitungen treffen. Okay, okay. Gut zu wissen. Ah ja. Sagen wir, wenn ich bei Super Storage angekommen bin. Okay. Tun sie, was sie tun müssen. Bitte, danke. Tun sie einfach, was sie tun müssen. Ja. Sind wir da? Ja. Da sind wir. Etwas weiter noch. Da sind wir. Ich habe Glas gehört. Das war mein wunderschönes Fensterscheibenglas. Dass man leicht zerschießen kann. Mit einem PSH. Genau, das haben wir auch schon herausgefunden. Mit Sperpsis PPSH konnte man mit Leichtigkeit, mein wunderschönes, sehr herzlich willkommenes Glas mit Leichtigkeit zerstören. Ein sehr interessanter. Ein sehr interessanter. Ja, ein sehr interessanter Inbekommen. Der Herbsti-Songs-Mitarbeiter stuck into the Glasfaser. Ja. Entschuldigung. Bitte helfen Sie. Danke, dass Sie meine... Ja, danke, dass Sie eine 70% wahrscheinlich... Ja. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich überlebe. Aha. Aha. So. Ja. Sie haben jetzt Glasfaser. Freuen Sie sich. Ich habe jetzt Glasfaser. 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 Und das um 7,99 Euro im Monat. Ah, okay. Danke, dass wir den Preis im Nachhinein verraten. Sehr, sehr interessant. Ja, da... Was kann ich jetzt in meiner Glasfaser-Überwindung anstellen? Also, das Glasfaser hat eine Kapazität von 456.000 Items. Oh, what a fish. Oh. Man kann hier einfach jedes Item, was man hat, einfach reinlegen. Juckt keinen, wie man sortiert. Und dann kann man... Ich sage, wir brauchen Cobblestone. Das geben wir auf Cobblestone ein. Wir können es rausnehmen. Oha. Nice. Man trägt ein Crafting-Table da. Okay. Interessant, interessant. Ich hätte meine Glasfaser-Leitung alles noch einmal verschönert. Also, gemantelt mit Holz. Was da unten an Dört sichtbar ist. Mr. Glasfasermann. Aha. Ein Darfersit bin nicht nur zuständig. Das steht zu einem Vertrag. Da steht, ah, okay. den Vertrag, den ich nach dem Kauf gekommen habe. Also. Also. Aha. Sehr, sehr interessant. Also, ich bin gar nicht mehr ein Herbststags-Mitarbeiter. Ich bin Mickey Mouse. Ah, okay, okay, okay. Interessant, interessant. Interessant. Interessant, interessant. 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 Sehr, sehr interesting. Aha, Herr Glasfasermann. Ja. Und. Was kommt jetzt als nächstes? Als nächstes? Aha. Als nächstes teste ich meinen Sniper. Ah, okay, okay, okay. Watt, könntest du mal in die Kamera winken? Hallo. Watt. 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 deste mal im Griff? Because I did not know an all. In ein Alice in. Ich bin jetzt, wenn jemand selber magic ROM Sniper hat. Bitte in snapshot. In die Kamera schrei. Ab cupboard hehe. Wie viel Schaden? Drei Herzen. Oh, bei der Opio-Rüstung ist es... Okay, dann entschulde ich bei mir auch Glasfaser. Okay. Herr Glasfassermann, dann sagen Sie doch den Zuschauern noch, wie genau dieser Mod überall funktioniert. Glasfassermann? Glasfaser. Glasfaser ist ein Fa... Was heißt, wo heißt es Glasfaser? Glasfaser ist... keine Ahnung. Mhm, okay. Informiert. Topf informiert. Interessant, interessant. Interessant. Topf informiert. Topf informiert. Das war nur ein Mitarbeiter, nicht der Haupt. Aha, aha, aha. Interessant, interessant. So. Schön Haus bauen. Richtig fett. Hm, sag du mal den Zuschauern, wie genau dein Haus zum Schluss aussehen wird. Also... Hier oben bauen wir im Mittelstock eine kleine Küche hin. Und so ein bisschen Lagersystem. Okay, interessant, interessant. Interessant, interessant. Dann habe ich geplant, hier unten Labore zu bauen, für spezielle Mods. Interessant, interessant, interessant. Interessant, interessant. Interessant, interessant. Interessant, interessant. Also, interessant war für sie der Beitrag von 1 bis 5 Sterne. Ja. Ja, was? Was? Ich habe es dankz... Ich habe es dankz... Prof. Dr. Alex in mir, haben Sie mentale oder psychische Probleme? Sie sind nicht gut, ich sehe gerade, Sie stecken in einer Hausmauer. Ich merke direkt, wenn irgendwas nicht stimmt oder irgendwas nicht ganz psychisch korrekt ist. Haben Sie Ihr Gehirn verloren? Orientierung. Ah, okay. Ich glaube, ich habe eher Gehirn verloren. Schätze ich eher. Warte mal, ich suche Ihnen schnell ein Ersatzgehirn. Leider haben wir gerade kein normales Gehirn zur Verfügung, aber ich kann Ihnen hier ein Gehirn mit Schale zur Verfügung stellen. Aha. Ich kann Ihnen einen Staubsauger... Sie müssen nur das Gehirn öffnen und das Schicht mit einer Gabel rauskratzen. Und dann nehmen Sie Ihren Kopf ein... Ja, genau. Oder so, genau. Ähm... Wie fühlen Sie sich? Super. Ähm... Tau... Tau... Kaufen... Staubsauger. Sie sind jetzt ein Staubsaugeranbieter. Staubs... Aha, aha. Okay, sehr interessant. Interessant, interessant. Interessant. Es kommt jetzt in diesem fette Megalager. Ähm, haben Sie noch irgendwelche Beschwerden oder... Ähm... Dr. Alex Gaming mit der Trollface-Maske. Wie viele Eier sollte ich maximal am Tag essen? Äh... Warte mal. Weil ich esse schon so eineinhalb Stecks am Tag. Ist das überhaupt noch gesund? Weiß es nicht. Ach, interessant, interessant. Äh... Ich bin Dr. Alex Gaming mit Trollface-Maske. Und ich empfehle Ihnen... Täglich... Ein TNT in Ihrem Nachbars Haus zu... Importieren und es dann zu expla... Ex... Implotieren, genau. Okay. Also wenn das so... Wenn... Okay, wenn das so ist... Ich hab für schon einen... Also... Also nicht mich als Nachbar, sondern... Also... What the fuck? Nie TNT? Nie TNT. Aber es macht... Glaub ich doppelt soviel Schaden. Ich empfehle Ihnen wieder eine Weite hier hin zu benutzen. Okay. Also... Das teste ich jetzt. Wie viel Schaden macht das? Okay. Okay. Hä? Sehr... Sehr enttäuschend. Sehr enttäuschend. Kann man es analysieren? Oder man kann es analysieren? Analysieren. 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 Interessant, interessant. Ähm... Da wird dabei ist, dass wir gar nicht eine Folge aufnehmen, sondern... Gerade live auf Twitch sind. Wie kommen wir? Genau. Wir kommen auf Twitch. Mit 10 Zuschauern. Alex Gaming unterstrich live... Ähm... Vorland, please. 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 Ähm... Also... Ich hab da noch... sechs Glasfaserkabeln. Und wenn ich das nicht komplett aufbrauche, ist mein Boss wütend. Ich hätte noch gerne, dass sie meine Glasfaser verkleiden. Verkleiden? Ja, mit Holz. Mit Holz. Mit Holz. Okay, warte... Warte. Einen Moment. Fertig. Ich schaue uns mal das Ergebnisball an. Okay, bitte. Fünf Stern auf Google. Fünf Stern auf Google. Scherbse Glasfaser-Service. Jetzt auf Google. Nein. Internet-Service. Ah, Scherbse ist Internet-Service. So, erstmal Holzfarmen hier. Die Next müssen erstmal wieder smelten. So, her mal zumal. Fast der ganze Baum weg. Ähm, da sein Skelett in unserer Chicken Farm. das hand interessant interessant ok aus entwickeln sich weil er war dann gustav der hat den bogen ok ein chest sind sehr interessant ich hätte auch ein neues hier ein exemplar zur verfügung falls ihr altes nicht funktioniert ist wir hätten jetzt auch ab sofort kreiber köpfe da ist es ihren jetzt nicht mehr so schwer rauskratzen da ich würde jetzt das gehen schon vorher genau interessant 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 und was machen sie gerade mister glaswasser also es es gibt kein glaswasser mehr es gibt nur ein mr mickey maus wo bist du und ich lege irgendwie überlegt die rüstung der kopf ok so da du hast keine hände mehr doch bei mir schon ok so sind sie zufrieden mit mir ich bin sehr sehr unzufrieden aber ich sage nichts weil ich angst für den folgen habe genau genau weil fünf sterne auf google lässt sie am leben aha ok merke ich mal 100 prozent weil sonst kann sein dass du so ein leichtes fliegerass über die map fliegt und witzigerweise genau ihr haus erwischt ok 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 also empfehlenswert wenn sie fünf sterne auf google geben sehr empfehlenswert wäre das also ich hole interessant wird den vertrag da warum ist glas faser kommt ich muss alles vertrauen ist sehr interessant fm vertragen unterschreiben bitte verkleidet 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 vertrag war kurz der vertrag ok das heißt auf dem vertrag steht leben ich muss kurz meine lesebrille aufziehen ich muss kurz meine lesebrille aufziehen keine ahnung wie man das unterschreibt ich kann nicht lesen ok danke ok also vertrag ist gestanden fünf stelle auf google oder sie werden es nicht überleben natürlich aber zuerst man muss sich über google play kontaktieren und wenn sie ein neues huwe haben und kein neues google gerät drauf haben dann schaut es schlecht aus dann schauen wir schlecht aus dann schauen wir schlecht aus oh ok schauen wir schlecht aus mit den noten und weil das noch was heute machen heute heute mehr glaswasser verbrauchen oder was nee also ich hatte geplant lucky blocks wir können uns kein rot leisten lucky blocks opening gibt es dann wenn wir goldtower vorgibt es eine schöne nether folge ja also gehen wir jetzt nether jetzt nether also wir haben schon 22 minuten ich hätte gesagt ja komm nächstes mal beim scherpsee geht es wahrscheinlich nether und bei dir das war es für die folge bei mir willst du in den twilight forest gehen meine damen und herren in den twilight forest in den twilight forest eine frage sind sie schwul nein warum gottifuck rum kommen ihr glasfasserschiss mit so langsam ab ähm es wurde entwickelt robust gegen einbrecher vorzugehen also das heißt mein besitz ist 100 prozent zerstörbar aber mein glasfasser internet das ist unser das heißt ich habe garantie drauf ja ja nein eigentlich keine garantie aha ah eigentlich nicht aber das verraten wir nicht pssch eigentlich nicht naja ich würde sagen das war's leute haut ein like rein wenn es euch gefallen hat abonnieren für mehr mhm äh folgt dr alex auf twitter dr de doktologie und 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 folgt alex gaming unterstrich live auf twitch genau so kein live stream verpassen also hau rein leute und tschau geht rein props Strom Kohle Musik Glock Musik Holger